Another day, another vlog. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder Fahrrad fahren. Maxim BB kommt vorbei, Luca, Toni. Es wird heute ein richtig geiler Tag. Was ich auch nochmal erwähnen wollte, Grüße gehen raus an Laurens, der mich hier gestern noch vor dem Urlaub einen freshen Low Fade gezaubert hat. Yo, Toni. Nach langer Zeit ist Toni auch mal wieder vereint. Hier, guck mal, kann man mal zeigen, da habe ich Luca letzte Woche einen freshen Cut gegeben. Einen schönen Fade. Bei dem kann man eh nicht viel retten. Du musst mal nach Istanbul. Wenn es erlaubt wäre, würdest du auch bestimmt auch ein Rennen mit dem Rucksack fahren, oder? Wir sind angekommen. Manu, ist mit dem ersten Schlamm hier weg. Es hat wieder geregnet die Nacht. Es ist bodenlos, oder Toni? Geht's auch nicht. Jeden Tag am Regnen. Wir dachten endlich mal am Wochenende, dass es ein bisschen trockener ist, dass wir die Jumpline mal fahren können. Und jetzt ist es wieder. Achso, Max auch nochmal hier. Ist heute auch am Start. Moin. Luca und Max. Was war denn jetzt los? Ich bin gerade auch gefahren. Absolute Matchsoße. Los, Luca. Your turn. So, jetzt Luca. Junge, geil. Ich habe Weidwinge gedreht. Ich hoffe, man sieht's. Geil, geil, geil. Zu sehen jetzt mal wieder am Loam Trail. Aber wir haben jetzt gerade einen neuen Loamer gebaut. Hier ist so eine Rhythm-Section. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade zieht. Aber Max fährt das bestimmt gleich mal an. Muss nur ein bisschen poppen. Übergeil. In 20 Minuten einfach einen neuen Trail eingefahren. Mega fett, oder Toni? Ja, auf jeden Fall. Das haben wir geliefert hier vom Loamer. Aber diese Folie von Andi, die sieht wirklich geil aus. Ja, auf jeden Fall. Muss ich sagen. Das erinnert mich so ein bisschen auf dieses Factory-Track. Jetzt Luca nochmal. Oh mein Gott. Schon wieder. So, Freunde. Ihr seid jetzt nochmal auf der Helm-Kamera dabei. Und ich nehme mir schon mal die ganze Line mit, die wir jetzt hier so ein bisschen zusammengeschustert haben. Auf geht's. Luca. Droppin. So, jetzt hier das neue Gap. Mal ordentlich gesprungen. Toni hatte gerade einen miesen Fail. Einfach in der Luft ausgeklickt. Hier gelandet. Mit einem Bein daneben. Schön mit den Eiern hinten zwischen Sattel und Reifen. Wohl. Er hat gerade ordentliche Schmerzen. Aber es geht recht gut. Ich hoffe, dass Kameru im Video so rüber weist, ist es auch gar nicht so easy. Ein bisschen sketchy. Mal von unten. Also hier ist die Landung. Und da oben ist der Abfuhren wo das Bäumchen ist. Segel ist schon ein Stück. Bin jetzt aber drängig. Ja, gut! Yeah! Juhu! Der war geil! Diese Laumas sind jetzt hier so wild geworden. Vielleicht blenden wir da nochmal den Clip ein hier so. Und dann hier den Absprung. Oder Luke? Ja. Fett. Mal ganz kurz in ein paar Worten, wie findet ihr den Track so? Ja, weil es neu ist wieder. Ja, das ist prime. Der Licht fährt so 5 Minuten und der Trailer ist 20 Sekunden. Schön ist er. Behind the scenes. Ja. Look at this man! Ja. Gut, dann auf gehts Jungs! Canadian Trail. Canadian Trail im Train. Auf geht's! Wow! Ich kann hier unten nicht mehr zum Stehen Ich dachte echt kurz Scheiße Einfach geil Also das war doch mal ein saugelungener Tag Und das war es jetzt wahrscheinlich auch mit dem Video Ich hoffe es hat euch gefallen Schreibt mir mal einen Kommentar Lasst ein Abo da wenn ihr das noch nicht gemacht habt Und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem der nächsten Vlogs wieder Saugeil Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal